The story of Christmas. Es ist Weihnachtszeit. Es ist erster Advent. Ihr habt das erste Türchen aufgemacht und es ist 1. Dezember. Ihr habt das erste Türchen aufgemacht. Krass, oder? Dass der erste Advent auf den 1. Dezember zusammenfällt, ist doch schön, oder? Und die Story of Christmas. Ja, ja, das ist schön, aber ich meine... Okay, danke, lieber Kalender. Und wir haben eine Geschichte, die Weihnachtsgeschichte, durch die wir durchgehen. Ich habe euch eine ganz besondere Geschichte mitgebracht von Zacharias und Elisabeth. Zacharias und Elisabeth, wer war das nochmal? Ja, das ist nicht Josef Maria die Nacht, sondern das sind die Verwandten von Maria. Und die haben auch eine Geschichte und in die steigen wir ein. Und ich habe euch direkt den Start von dieser Geschichte mitgebracht. Zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein jüdischer Priester namens Zacharias. Oder jüdisch müsste man eigentlich sagen, Zacharia, oder? Aber egal, wir nehmen die griechische Variante, Zacharias. Er war Priester von der Ordnung des Abia und auch seine Frau Elisabeth, oder hebräisch Elisheba, stammte aus dem Priestergeschlecht Aaron. Zacharias und seine Frau führten ein gotteswüchtiges Leben und befolgten alle Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, weil Elisabeth unfruchtbar war und jetzt waren beide schon sehr alt. Das ist so die Einführung, das ist so der Rahmen, das Setting für diese Geschichte. Und wenn du dir die Geschichte anschaust und vielleicht merkst du es bei dir auch, es hat unglaublich viel mit unserem Leben zu tun. Merkst du, oder? Okay, wir kommen der Sache auf die Spur. Würdest du diesem Satz zustimmen, diese Welt ist aus den Fugen geraten? Diese Welt ist aus den Fugen geraten. Ja? Okay, hau dich mal kurz mit deinem Sitznachbar aus. Du kannst ihm zustimmen, ablehnen, Einschränkungen oder wie auch immer. Diese Welt ist aus den Fugen geraten, stimmst du dem zu, ja oder nein? Los geht's, tauscht euch miteinander aus. Ihr seid in der Kirche, aber wir müssen miteinander reden. Okay, wer ist für, ja, diese Welt ist aus den Fugen geraten. Gibt es? Gibt es Handzeichen? Wer sagt für nein eigentlich nicht? Eigentlich ist es als, come on, Leute. Okay, ja, so Mitte, Mitte, halbe, halbe. Ja, okay, danke. Ich habe euch eine kleine Aufteilung oder eine Liste mal mitgebracht. Denn neulich hat jemand für Thanksgiving, die Amis haben Thanksgiving gefeiert, großartig, haben gesagt, Moment mal, es gibt eine ganze Menge, wofür wir dankbar sein können. Zum Beispiel Hunger und extreme Armut nehmen ab. Zugang von sauberem Trinkwasser nimmt zu, Alphabetisierung nimmt zu, in den letzten 50 bis 70 Jahren. Zahl der Kriege extrem gesunken, der Kriegstoten, ich meine, die letzten 70 Jahre waren kriegerisch, vielleicht die letzten 100, nochmal, Millionen von Leuten essen, ist weniger geworden. Feinstaub in der Luft nimmt ab, ja, immer weniger krasse Kraftwerke. Mehr Tierarten werden geschützt und die Kindersterblichkeit ist gesunken. Aber du kannst natürlich sagen, naja, toll, ich meine, Hunger und Armut nehmen ab, aber die Lebensmittel werden immer noch sehr ungleich verteilt. Also die Welt ist trotzdem aus dem Fuhl geraten. Und Zugang zu Trauben und Trinkwasser, ja, aber Chemie und Pestizide im Trinkwasser nehmen zu. Oder zumindest sind sie nicht weg, sie sind nicht weg. Alphabetisierung nimmt zu, aber die Bildungsgerechtigkeit ist noch lange nicht erreicht. Noch lange nicht erreicht. Zahl der Kriegstoten sind gesunken, aber Terror und Drohnenopfer steigen. Auch wenn es insgesamt nicht mehr Millionen sind, aber Feinstaub in der Luft nimmt ab, okay, aber Klimagase in der Atmosphäre nehmen zu. Mehr Tiere werden geschützt, ja, aber Regenwald wird immer schneller vernichtet. Und so Kindersterblichkeit ist gesunken, ja, aber Bevölkerungswachstum beschleunigt sich nicht sehr klug. Ich habe mir wirklich einen sehr, 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 sehr miese Petrigen, so, also der Typ war echt krass, der sagt, weißt du, der Mensch ist ein Stück Scheiße. Und er hat wirklich die Überzeugung, Atomexplosion statt Bevölkerungsexplosion. Der sagte, die Welt ist so sehr aus dem Fug geraten, lass die uns einfach abreißen. Lass die uns einfach alles abreißen. Und vielleicht ist es nicht so krass, aber diese Geschichte von Zaharias und Elisabeth, und ich weiß nicht, wo du dich selber hier für deine Welt, wo du gerade so im großen Maßstab das einordnest. Vielleicht denkst du irgendwie so, keine Ahnung, also politisch gesehen, wow, ist aus dem Fug geraten. Das scheint nicht mehr die Stabilität zu haben wie in den letzten 15, 20 Jahren. Wo sind die Volksparteien geblieben? Oder religiös gesehen. Ich meine, es wird immer extremer und irgendwie, wo sind Leute, die einfach gesunde Religiosität leben? So ohne extrem zu sein. Vielleicht ist da für dich was auseinander, aus den Fugen geraten. Und für Elisabeth und Zaharias ist ihre Welt aus den Fugen geraten. Im großen Maßstab und im kleinen. Im großen Maßstab. Ich meine, es beginnt ja nur schon mit dieser Satz. Das war zu der Zeit, als König Herodes über Israel herrschte. Herodes. Der Mann von Frau Rodes. Ich stehe hier oben, ich darf das jetzt. Ihr müsst da durch. Nein, sorry, es wird nicht mehr, also das war Schluss. Okay, Schluss. Fokus. Der Typ ist zwar der König von Judäa und Galiläa und so weiter und Samaria und alles das, aber er ist überhaupt kein Jude. Er gehört gar nicht zu dem Volk. Er ist einer von den Hasmoneern. Er gehört eigentlich zu den Edomitern. Das ist ein feindes Volk. Und er hat sich bei den Römern eingeschleimt und sie haben ihm das Königreich gegeben. Und er denkt sich, ich werde der großartigste König überhaupt. Und er hat einen wahnsinnigen Bauplan, also so einen Bauirrsinn hat er. Der baut alles mögliche. Sich einen riesengroßen Palast und dann den Tempel baut er neu auf. Ein riesig großer Tempel. Der erste ist zerstört worden. Der zweite von Nehemia und Esra ist abgerissen worden und noch ein größerer Tempel hingebaut. Der Tempel des Herodes. Und dann macht er riesige Sachen. Aber er quetscht das ganze Volk mit Steuern aus. So sehr, dass er sogar zweimal die Steuern ausfallen lassen muss, weil das Volk überhaupt keine Steuern mehr hat. Und die, die die Weihnachtsgeschichte wissen, dann will Augustus auch nochmal wissen, wie viel Steuern kann ich holen. Und deswegen kommt die Zählung. Das Volk ist völlig verarmt. Normalerweise sind so sieben bis acht Prozent der Bevölkerungsschicht ganz, ganz, ganz furchtbar arme Bettler. Und da gibt es eine große Mittel und da gibt es eine kleine Oberschicht. Und zu der Zeit, wo Herodes König ist, wo Zacharias und Elisabeth leben, gibt es eine sehr reiche, verfressene, fette Oberschicht. Ich weiß, man sagt es nicht in der Kirche, aber es wäre saufen, ficken Fernsehen gucken. Das ist, was die machen den ganzen Tag. Er hat fünf Frauen. Die eine Frau gefällt ihm so sehr, aber der andere ist noch mit ihr verheiratet. Dann befiehlt er, dass er sich scheiden lassen muss, damit er die Frau heiraten kann. Kriegt er Kinder von denen. Dann setzt er sie ein als Erben. Dann merkt er, oh, die haben aber, die werden vielleicht zu mächtig. Dann lässt er die Erben umbringen, eine Kinder. Und dann setzt er andere wieder ein und sein Kind. Er traut niemandem. Und hat furchtbare Angst, dass irgendwann ein König kommt, der ihm sein Königreich streitig machen könnte. Und deswegen muss er groß sein und mächtig sein. Und er hat was riesigroßes gebaut. Und dann befiehlt er aber auch, dass wenn er stirbt, so und so viele Gefangene alle getötet werden müssen, damit die Menschen, wenn sein Tod ist und die anderen auch alle sterben, damit sie weinen um ihn. Die Logik geht nicht auf. Aber so ist er. Politisch ist die Welt aus den Fugen geraten. 30% untersticht. 25-30% der Menschen sind bettelarm. Haben nichts, wovon sie leben können. Und geistlich, religiös gesehen ist diese Welt extrem aus den Fugen geraten. Ja, es gibt diesen tollen Tempel, aber das hat noch nicht mal ein Israeli gebaut. Und dann gibt es den Hohen Priester und das ganze Priestergeschlecht alles. Aber die machen so halbe Sache. Also die müssen jetzt in einem Tempel opfern, der von einem Nichtjuden, einem Goy, also einen aus den Nationen, Luther übersetzt so krass, einer von den Heiden, gebaut worden ist. Die machen so halbwegs halbe Sache irgendwie mit den Römern. Und weil er die Aufstände der gute Herodes nicht wirklich unterkriegen kann und niederschlagen kann, weil es sind überall Aufstände, es sind Terroristen ohne Ende. Da gibt es diese Leute, die da heißen Sakaria oder Sekaria, das ist so Assassin's Creed mäßige. Die haben immer Dolche dabei, es sind die Dolchmänner übersetzt. Und wann immer sie einen Römer oder einen Soldaten von Herodes oder wie auch immer sehen, wird er abgestochen. Du hast permanent Terror auf den Straßen. Und er kriegt das nicht unter Kontrolle. Und es ist so ein Riesenkampf auch um diesen Jerusalemer Tempelberg und alles, dass die Römer sagen, wisst ihr was, wir übernehmen jetzt die Verantwortung für Jerusalem und später werden sie dann den Pontius Pilatus einsetzen. Das ist ein riesen Durcheinander. Und die geistliche Elite weiß nicht, wo sollen wir zugehen? Sollen wir den Römern sagen, okay, wir machen für euch, dann sind wir aber gegen das Volk, sollen wir zum Volk und den Armen halten, dann müssen wir aber gegen die Römer stellen, dann werden die gegen uns und so weiter. Und außerdem sagen die, wir wissen auch nicht so 100% merkt, alles was wir so glauben sollen. Also es gibt die Gesetze von Mose und dann gibt es aber auch die Weisheitsbücher und die Propheten und alles. Und die haben sich festgelegt, also hier rein das, was Mose an Gesetzen befiehlt, zack, das gilt, alles andere nicht mehr. Wir halten uns an die Tora, der Talmud ist für uns, hm, weiß nicht so. Und das sind, die sind sehr wissenschaftlich, rational und so weiter, aber alles so zum Beispiel Totenauferweckung, so, hm, nee, kann nicht sein. Also wenn man stirbt, ist aus vorbei, so rein naturalistisch, bumsfertig. So sind die drauf. Das ist so vieles aus den Fugen geraten und ganz persönlich auch. Ich meine, kann ich nochmal gerade diesen Vers haben, wo hier, Zacharias und seine Frau führten ein gottesfürchtiges Leben und befolgten alle Gebote und die Vorschriften des Herrn. Die halten sich an die Gesetze von Mose. Und sie führen ein gottesfürchtiges Leben. Ich glaube nicht, dass er sagt, na, so weißt du, so mit dem Tod ist alles aus und sowieso und Gott, vielleicht hat er uns verlassen und so, sondern der hält sich daran. Und trotzdem, also nach außen sieht das wirklich gut aus, aber die Leute drumherum denken sich, ja, irgendwo ist der Hund begraben bei denen. Ich meine, haben die Kinder? Nein. Irgendwas stimmt da nicht. Denn du kannst in den ersten fünf Büchern Mose nachlesen, Kinder zu haben, ist ein Segen Gottes. Umkehrschluss, keine Kinder, kein Segen. Und ich muss euch krass das vielleicht noch sagen, dass es so wörtlich steht, da Söhne zu haben, ist ein Segen Gottes. Das ist von Männern für Männer geschrieben, das Buch. Ja, ehrlich. Und es gibt Strömungen im Judentum, die sagen, zum Glück hast du mich als Mann geschaffen und ich bin keine Frau, kein Sklave und kein Tier. Krass, oder? Ich weiß nicht, ob Zacharias und Elisabeth so drauf waren, aber die Umgebung sagt, also wenn sie keine Kinder haben, er gehört zu den Priestern. Das ist nur ein Zeichen dafür, dass die Priester nicht mehr wirklich gottesfürchtige Menschen sind. Aber ehrlich, sie leben richtig. Sie wissen nicht, was sie falsch gemacht haben. Sie wissen nicht, was da ist. Und sie sehen nur, dass die Zeit, in der sie leben, ist einfach alles durcheinander gekommen. Nichts ist so, wie es sein sollte. Und dabei gibt es doch die Versprechen, dass Gott sein Volk kennt und liebt und es nicht im Stich lässt. Aber der letzte Prophet, der letzte anerkannte und große Prophet ist über 300 Jahre schon vorbei. Es gibt die großen und die kleinen Propheten im Talmud und nach der Bibelzusammensetzung, wie wir sie jetzt haben, bei den Juden war es ein bisschen anders zu der Zeit, aber wie wir sie jetzt haben, also der Letzte, der wirklich von Gott gesprochen hat, ist Malachi. Und das letzte Kapitel von dem, die letzten Aussagen und davon die letzten Verse, war das große, große, große Versprechen. Siehe, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Er wird das Herz der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zu wenden. Auch dort steht original wieder die Herzen der Söhne ihren Vätern usw. Aber Kinder, okay, ist jetzt so übersetzt worden. Aber denen ist auch schon damals, vor 300 Jahren, klar gewesen, also so wie es zur Zeit ist, kann es nicht bleiben und Gott muss irgendwann eingreifen. Und Gott muss sagen, so Schluss jetzt. Es gibt so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Es gibt so viel Leid, es gibt so viel Zerstörung, es gibt so viel Schmerzen, es gibt so viele Politiker, die ihre Macht ausnutzen und es gibt so viele geistliche Leute und religiöse Leute, die in der Lied sind und die das ganze Amt für sich missbrauchen. Und es gibt niemanden, der, oder ganz wenige, die ehrlich nach Gott und aufrichtig fragen, aber es gibt doch noch welche da. Und die, die werden jetzt endlich zu ihrem Recht kommen und alle anderen, für die es jetzt Schluss mit Einfluss haben. Und diese Hoffnung ist, dass eines Tages das kommt und dann sagt dieser Prophet, und da wird, der Prophet Elia wird kommen. Hä, Elia ist vor vielen Jahren schon verstorben, der war mal. Das war ein sehr, sehr, sehr großer Prophet, aber es ist nicht, der Elia sagt, hier bin ich wieder, sondern diese Figur, diese Erlöserfigur, diese Figur, Elia hat gesagt, ihr müsst euch entscheiden, für wen ihr sein wollt. Ihr müsst euch entscheiden, ob diese Welt weiter vor die Hunde gehen lasst oder ob euch beginnt, nach den Geboten und den Gesetzen Gottes zu richten und Verantwortung zu übernehmen, wie von Anfang an Verantwortung da war, für euer Umfeld, für diese Umwelt, für die Menschen, füreinander. Ich werde einen Elia wiederholen, der sagt, wie lange wollt ihr warten oder hinken auf beiden Seiten? Na, ein bisschen Gott, ein bisschen ich. Ein bisschen mehr Ego von mir, ein bisschen auch alles andere und so weiter. Aber Gott können wir gut integrieren in so meinen Lebensplan. Ich meine, gegen Gott hat ja niemand was. Hauptsache nicht zu ernst nehmen, die ganze Geschichte. Und Elia sagt, sorry Leute, ihr müsst euch entscheiden. Und dann kommt dieses andere, dass die Kinder ihre Herzen den Eltern wieder zuwenden und die Eltern den Kindern. Hier ist so ein kaputtes Durcheinander zwischen dem, was Gott den Vorfahren gesagt hat und was jetzt die Leute draus gemacht haben. Und ein Gegeneinander. Und ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber wenn du quasi religiös aufgewachsen bist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du die Art und Weise deiner Eltern oder Großeltern zu glauben, dass du die schlecht findest. Weil irgendwie die Welt hat sich weiterentwickelt. Man kann das nicht mehr so machen wie früher. Muss man immer zur Beichte rennen? Muss man denn immer so und so und so verhalten? Je nachdem, was dein Background ist, kirchenmäßig. Aber höchstwahrscheinlich ist es so, dass die Kinder die Art zu glauben von ihren Großeltern ablehnen. Und da beginnt es, dass irgendwas aus dem Fugen gerät. Man muss nicht alles so machen wie Eltern und Großeltern. Erwachsen sein heißt ja, eigene Entscheidungen zu treffen. Obwohl vielleicht die Eltern genau die gleichen Entscheidungen getroffen hätten. Aber auch da kommt wieder eine, wovon der Text spricht, ich werde dieses Volk wieder zueinander führen. Ich werde das Land heilen. Ich werde wieder zusammenbringen, wo Trennung und Zerstörung und Beziehung kaputt sind. Das ist die große Hoffnung. Das ist die große Hoffnung. Und seit über 300 Jahren spürt man davon nichts. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich denke mir in solchen Situationen so, warum noch beten? Wozu noch beten? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt mit diesem Gebet. Aber manche von uns sind das vielleicht so irgendwie, haben so diese Aussage aus der Bibel. Also wenn du ein Anliegen hast, dann gibt es doch irgendwo die Aussage, dann bete und dann kriegst du das auch. Also steht das nicht irgendwo in der Bibel? Wenn ihr betet, kriegt ihr die Sachen. Und dann denke ich so, cool. Also in dem Fall, Gott, ich hätte gerne ein bisschen mehr Gesundheit. Ich bin so ein bisschen erkältet. Oh, jetzt ist nur eins gekommen. Schade. Naja, egal. Ist das Crunch? Auf jeden Fall ist das mit Schokolade. Und das ist mit Erdnuss. Oh, Gott ist ein guter Gott, ne? Und dann bete ich nochmal. Und sage, also irgendwie, jetzt mal was Größeres. Ich finde irgendwie, Klima ist Katastrophe gerade. Gott, kannst du was mit Richtung Klima machen? Wow, drei. Also viel schaffe ich gar nicht. Ich komme aber als erstes an den Pastor. Und dann an den Leiter von der Kinderkirche. Oh, und an die Frau Pastorin natürlich auch. Bitte sehr, bitte sehr, bitte sehr. Oh, und hier ist noch ein kleiner Krümmel, hier ist noch ein kleiner Splitter. Könnt ihr ihn sehen? Der ist noch für mich. Oh, das ist doch großartig. Also, wenn das so ist, Gott, ich hätte jetzt mal eine Bitte. Ich fände es schön, wenn meine Ehe wieder so wird wie früher. Weißt du, so früher, wo wir verliebt waren? Ich habe da doch, Moment mal. Ja, das ist keine 10-Cent-Münze, es ist nur noch 1-Cent-Münze, weil es so anstrengend ist. Also, so viel will ich nicht investieren, aber irgendwie scheint das nicht jetzt. Warum geht denn das nicht? Und was ist, wenn du 300 Jahre lang betest und nichts passiert? Was ist, wenn du 30 Jahre lang betest und nichts passiert? Was ist, wenn du 50, 60 oder 70 bist und das Kind kommt einfach nicht? Du sagst, Gott, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Schau mal, Gott, wir sind ein Priestergeschlecht. Wenn ich keinen Sohn kriege, hört meine priesterliche Linie mit mir auf. Das kann ja nicht in deinem Sinn sein, oder? Und außerdem hast du uns doch versprochen, dass es uns gut gehen wird, oder nicht? Ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keinen Bock darauf, weiter hier irgendeine Sache zu machen. Wenn das nicht funktioniert, warum funktioniert das denn nicht? Ich kann hier drehen, wie ich will. Das geht nicht. Das hat doch funktioniert. Warum geht das denn nicht weiter? Das ist die Geschichte von Zacharias und Elisabeth. Und Zacharias bedeutet, Gott erinnert sich. Und Elisabeths Name heißt Gottesversprechen. Gott erinnert sich an sein Versprechen. Gott erinnert sich an sein Versprechen. Und die Geschichte geht folgendermaßen weiter. Eines Tages, als Zacharias seinen Dienst im Tempel verrichtete, weil er in dieser Woche seine Ordnung an der Reihe war, wurde er nach priesterlichem Brauch und durch das Los dazu ausgewählt, das Heiligtum zu betreten, um das Rauchopfer darzubringen. Währenddessen standen draußen eine große Menschenmenge und betete. Das ist krass, was hier passiert. Das ist absolut außergewöhnlich. Die Schriften des Alten Testaments, also die Schriften des jüdischen Volkes sagen, dass das möglicherweise nur ein einziges Mal im Leben eines Priesters passiert. Wie gesagt, er ist nicht der hohe Priester, er geht nicht bis ins Allerheiligste, aber er darf in den Tempel. Und er darf in diesem Gebäude jetzt ein Rauchopfer darbringen. Und ich möchte mal zeigen, wie krass das ist. Hier ist das Rauchopfer und das ist die außergewöhnliche Sache. Ungefähr 18.000 Priester sind aus dem Stamm Levi zu der Zeit von Zacharias lebend. 42 Familien sind in 24 Ordnungen aufgeteilt und es sind 750 Priester pro Ordnung. Also erst mit anderen 750 Priestern jetzt gerade an der Reihe und die machen immer zwei Wochen pro Jahr. Und das Losverfahren sagt, einer von denen ist heute dran, 14 werden gezogen von 750 Priestern und die können drankommen und nächstes Jahr kommen wieder alle 750 und wieder 14 werden gezogen für dieses Brandopfer. Das heißt, du hast eine 1,8%ige Chance. Zacharias wird gezogen, jetzt bist du dran. Wahrscheinlich war das das erste Mal in seinem Leben, dass er in das Heiligtum reinging mit dieser Schale voller Weihrauch und dann die Weihrauchkörner auf die brennenden Kohlen oder glühenden Kohlen drauf tut. Und da passiert folgendes, wie man ja schon ahnen kann, dass irgendwas nicht stimmt. Irgendwas passiert da in dem Moment. Er hört die Stimme des Engels. Auf einmal ist jemand in diesem Raum drin und spricht zu ihm folgende Worte. Hab keine Angst, Zacharias. Gott hat deine Gebete erhört. Moment mal, Moment mal. Diese hier? Nein. Es geht um ganz andere Gebete. Das ist nicht das Bild für Gebete in der Bibel. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Den sollst du Johannes nennen. Oder wortwörtlich Johannan, was bedeutet Gott ist gnädig. Aber es geht weiter. Pass mal auf. Es ist nicht nur seine eigene Not. Du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt und viele Menschen werden sich mit dir freuen, denn er wird in den Augen des Herrn groß sein. Jetzt, ich mache etwas in deinem Leben, aber das hat eine viel größere Dimension. Er wird kein Weile und andere berauschende Getränke anrühren und schon vor seiner Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Wow, wow, wow. Was der Engel jetzt sagt ist, hier passiert was. Hier passiert was richtig krasses, was absolut übernatürlich ist, was total göttlich ist. Nämlich, jetzt kommt es. Und er wird viele Israeliten dazu bringen, sich wieder dem Herrn, ihrem Gott, zuzuwenden. Er wird ein Mann mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia sein, der dem Herrn vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft vorbereiten wird, auf die Ankunft, dass Gott selber zu seinem Volk kommt. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden und die Ungehorsamen dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Das heißt, die Herzen der Väter und zu ihren Kindern und die Ungehorsamen, die gesagt haben, wisst ihr was, so wie ihr denkt, dass man den Glauben leben sollt, vergiss es, wir machen unsere eigene Variante, wir verlassen das, was Gott euch gesagt hat, wieder zurück. Zu den Weisungen Gottes. Er wird das Volk heilen. Es wird wieder zusammenkommen. Und er wird alle darauf vorbereiten, dass Gott etwas Großes, 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 Großes tun wird. Und er ist völlig sprachlos. Was, was, das kann nicht sein. Ich meine, die Naturgesetze sagen, das geht nicht. Meine Frau ist alt und auch als sie jung war, hat sie keine Kinder gekriegt. Woher weiß er das? Egal, weiß ich nicht. Warum weiß er, dass er an ihr liegt? Egal. Egal, er war Priester, er durfte nicht mit anderen Frauen schlafen, aber er weiß halt, dass es die Frau ist. Naja. Und er sagt, das geht nicht. Und dann sagt der Engel, ich bin Gabriel und ich stehe vor Gottes Angesicht und weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du kein Wort mehr sprechen, bis das Kind geboren ist. Boom. So von wegen, ja, es gibt übernatürliche Kraftwirkungen. Du erlebst gerade, du bist gerade mittendrin in einer. Ist mir egal, was deine Theologie sagt, jetzt hörst du auf zu reden. Und in der Geschichte heißt sie gerne weiter, so er ist stumm, bis der Sohn geboren wird. Und dann fragen alle, wie soll er heißen? Zacharias, wie sein Sohn? Zacharias? Und dann sagt die Mutter, nein, Johannes. Und er so, niemand in eurer Familie heißt Johannes. Warum soll der Johannes heißen? Und in dem Moment platzt ihm der Kragen, so Johannes. Und dann alle schauen ihn an und er so. Er kann sprechen. Und Elisabeth, ich hab's gefürchtet. Egal. Nein, nein, nein. Wahrscheinlich endlich redet er wieder. Vielleicht hat sie gar nicht gemerkt, dass er gar nicht redet. Ich weiß es nicht. Ja, so weißt du, so eine alte Ehe. Egal. Nein, 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 nein. Das wissen wir doch nicht. Das wissen wir doch gar nicht. Das ist alles nur in meinem Kopfkino. Aber er rechnet doch überhaupt nicht damit, dass seine Frau schwanger werden würde. Wirklich werden würde. Und das, was hier passiert, ist eine so tiefe Sache in seiner Geschichte und in ihrer Geschichte als Paar. Aber noch weit, weit drüber hinaus. Und ich hab eine Geschichte von einer Steffi gefunden aus unserer Zeit, aus Zürich, die dort im ICF ist. Und die erzählte, dass eine Sache passiert ist in ihrem Leben, womit sie überhaupt nicht gerechnet hat. Und in dem Moment, wo sie überhaupt nicht damit rechnet. Krass. Da ist Gott da. Lass uns das anschauen. Meine Geschichte beginnt vor fünf Jahren, als ich beim Inlandscaken stürzte und mir das Steißbein brach. Normalerweise heilt dies von alleine nach ein paar Wochen, aber bei mir war das nicht der Fall. Ich hatte stetige Schmerzen, beim Einschlafen pochte es und sitzen war wirklich eine Qual. Fahrradfahren ging gar nicht mehr, Autofahrten wurden eine Riesenherausforderung. Aber vor allem vermisste ich das gemütliche Essen mit meiner Familie. Medizinisch habe ich viel ausprobiert. Ich war bei acht verschiedenen Spezialärzten. Ich war in Physiotherapie, beim Chiropraktiker. Zum Teil hatte ich vier Termine in einer Woche und das mit zwei, später drei kleinen Kindern. In der Familie, in der Small Group, mit Freunden haben wir viel gebetet. Und immer versuchte ich, wieder den Glauben aufzubringen, dass Gott mich heilen kann. Aber auch da passierte nichts. An einem Sonntag im Sommer, da sprach Leo über Heilung. Schon während dem ersten Worship-Song musste ich weinen, weil ich merkte, dass ich nicht wirklich an Heilung glaubte. Und nach dem Message ging ich nach vorne und ließ für mich beten. Dabei hoffte ich inbrünstig, dass diese Person den Glauben für uns beide hat. Ich ging dann zu meinem Platz zurück, setzte mich auf den Stuhl und sofort schoss der Schmerz wieder ein. Am nächsten Tag ging ich wieder in die Klinik und ein weiterer therapeutischer Versuch scheiterte. Beim Heimfahren im Zug war ich richtig frustriert. Ich schimpfte regelrecht mit Gott. An meiner Haltestelle machte ich mich bereit für den stechenden Schmerz beim Aufstehen. Aber er kam nicht. Ich ging schnell nach Hause und setzte mich auf meine Steinbank im Garten. Immer wieder, immer länger. Aber der Schmerz kam nicht. Am nächsten Tag, keine Schmerzen. Ich erzählte es nur meinem Mann, weil ich nicht wirklich glaubte, dass ich gesund war. Nach einer Woche rief ich meinen Arzt an und fragte ihn, ob er sich das irgendwie erklären kann. Unter anderem sagte er, nein, das muss ein Wunder sein. Und das ist es wirklich. Es ist ein Wunder. Ich bin meinem Gott so dankbar und ich freue mich so an meinem neuen Lebensgefühl. Ich kann mich wieder hinsetzen, meine Kinder auf die Schoß nehmen und ihnen ein Buch erzählen. Und wenn Gott mich heilen kann, kann er es bei dir genauso gut. Wow. Ja. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Ich habe sie diese Woche auf Social Media angeschrieben, gefragt, ob wir dieses Video zeigen dürfen von ihr und sie gefragt, ob der Schmerz jemals wiedergekommen ist, weil das ist ja manchmal so und sie sagte, hey, nee, nie wieder. Ich bin absolut schmerzfrei in den Steißbeinen seitdem. Und sie sind jetzt im ICF Kambodscha. Die gehören zu der Truppe von Andy und die die ganze Sachen für die Kids und die Teens und alle dort machen. Wie genial ist das? Stell dir vor, der Schmerz wäre geblieben. Das wäre die Köln-Qual für sie und diese ganze Familie hätte wahrscheinlich keinen Bock gehabt, sich irgendwie für Gott oder wo auch immer einsetzen zu lassen. Und das, was in ihrem Leben passiert ist, hatte Auswirkungen für viele, viele andere Generationen von Kindern jetzt in Kambodscha. Wie cool ist das? Und sie sagt an einer Stelle, schau, wenn Gott mich heilen kann, dann kann er auch dich heilen. Elisabeth wird schwanger und das wird in den ganzen Regionen, wird das erzählt und als dann, ein bisschen schon vorausspringt, als dann der Engel zu Maria kommt und sagt, du wirst schwanger werden, sagt sie, aber wie soll das gehen? Wir sind verlobt, aber ich weiß von keinem Mann, also ich hatte noch nicht Sex. Und der Engel sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und er wird ein Kind in dir selbst zeugen und nur zur Erinnerung, übrigens hast du doch mitgekriegt, Elisabeth sagt, deine Verwandte Elisabeth ist auch schwanger im sechsten Monat, von dem man sagte, dass sie keine Kinder bekommen kann. Dinge, die bei Menschen nicht möglich sind, sind bei Gott möglich. Die Geschichte, die Gott in deinem Leben erzählt und das Wunder, das er bewirkt, wird den anderen Menschen etwas freisetzen, dass du beginnst zu glauben und zu beten und zu hoffen und dass du sagst, Moment, Moment, Gott hat mir was versprochen und Gott erinnert sich an seine Versprechen. Aber es ist ein gewisses Spannungsfeld, oder? Ich meine, wir haben jetzt hier diesen Kaugummiautomaten und ich sage, Gott erinnert sich an seine Versprechen und diese Geschichte. Ich möchte hier auch auf der gegenüberliegenden Seite ein Gegengewicht aufbauen. Ich glaube, das ist das biblische Bild von dem, was Gebet bedeutet und zwar nicht Kaugummi, sondern Weihrauch. Zacharias geht in den Tempel und er hat das Weihrauch dabei. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Das sind so kleine kleine Steinchen. Das ist Harz von dem Weihrauchbaum, hat einen lateinischen Namen, den ich aber vergessen habe. Und dieses Harz kann man sammeln, trocknen. Das ist wertvoll. Und das wird auf eine Kohle getan und wenn die Kohle glüht, wird das Weihrauch drauf verbrannt. Und das will ich jetzt gleich mal machen. Und parallel dazu möchte ich nochmal nachschauen, was die Bibel eigentlich zu diesem ganzen Thema, was die Bibel zu diesem ganzen Thema Weihrauch sagt. Denn es kommt immer und immer und immer wieder vor. Ich halte das Feuerzeug mal hier dran und lesen. Ja, da passiert was. Ein anderer Engel kam, das ist vor Gottes Thron, in seiner Gegenwart und ihm wurde viel Weihrauch gereicht und er sollte ihn auf dem goldenen Altar vor Gottes Thron als Opfer darbringen, zusammen mit den Gebeten der Menschen, die zu Gott gehören. Und so geschah es auch. Der Duft des Weihrauches stieg aus der Hand des Engels zu Gott auf, zusammen mit den Gebeten der Menschen. Weihrauch und Gebet haben doch irgendwas miteinander zu tun. Das ist sie jetzt noch nicht, das ist nur die Kohle. Aber, nee, geht schon. Und noch eine andere Stelle. Auch aus der Offenbarung. Jeder von ihnen, das sind die verschiedenen Figuren und Personen oder Sachen vor Gott, also vier Gestalten, so rum, hatten eine Haft und die Engel auch und sie hielten goldene Schalen in den Händen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Der Weihrauch sind die Gebete derer, die zu Gott gehören. Also nicht Kaugummiautomat, sondern Weihrauch ist das Thema Gebet. Und im Psalm lesen wir Folgendes. Herr, ich rufe zu dir, komm schnell, höre mich, wenn ich dich um Hilfe anflehe. Nimm mein Gebet als ein Räucheropfer an und meine erhobenen Hände als Abendopfer. Das Räucheropfer, das Weihrauchopfer und das Abendopfer im Tempel, das, was der Zachias macht, morgens geht man hin, legt das drauf, abends geht man hin und legt das Weihrauch auf die Kohlen drauf. Morgens und abends gibt es ein Räucheropfer im Tempel. Und das ist das Gebet und es sind die erhobenen Hände. Wenn wir hier Worship machen, rennen wir nicht alle zu einem göttlichen Kaugummiautomaten und versuchen, möglichst vor dem anderen noch ans Drehen zu kommen. Wenn wir hier Worship machen, wie gerade eben, wo wir alle zusammen gesungen haben und die Band ausgestiegen ist, sogar die Sängerinnen hier ausgestiegen sind und wir gesungen haben, das war nach biblischem Bild Weihrauch. Das war Worship. Das war Gott anbeten. Das war Gebet. Das ist 300 Jahre lang passiert und passiert und Gott, warum antwortest du nicht? Aber wir werden weiterhin unsere Hände zu dir heben. Wir werden weiterhin unsere Gebete dir geben. Wir werden weiterhin dich anbeten und worshipen. Und dieses Harz beginnt zu schmelzen, es blubbert unten ein bisschen und es raucht hoch. Und ich weiß nicht, ob es stark genug ist, aber ich vermute, dass es irgendwann den ganzen Raum erfüllen wird und du es riechen wirst. Man sagt, wenn es schwaches Weihrauch ist, nicht so hochwertig ist, kriege ich mal Kopfschmerzen davon. Wenn es hochwertiges Weihrauch ist, wirst du irgendwann high. Alle Religionen, die so mystisch sind, haben Weihrauch mit in ihrem Duft drin. Esoteriker stehen voll auf sowas. Nicht nur der katholischen Kirche, auch im Hindu-Tempel hast du Weihrauch und Räucherstäbchen, ist überall Weihrauch drin. Weil die Menschen merken, da ist was, was irgendwie außergewöhnlich ist. Weihrauch wird von dem Weihrauchbaum gewonnen und der ist so richtig knöcherig und kratzig und gedreht und ich habe leider kein Bild, was passend ist, aber stell dir vor, das ist so ein Baum, der wie ein Strauch auch sieht, wie so ein Busch, so wüstenmäßig. Und Weihrauch wird dadurch gewonnen, dass man hingeht und mit einem Messer dran ritzt und diese Teile hier werden die Tränen genannt. das, was der Baum blutet, das ist Harze und diese Tränen werden in eine Opferschale getan. In der Vorstellung vom Judentum ist das ein Wohlgeruch für Gott. Krasses Bild, oder? Krasses Bild. Du nimmst deine Tränen und gibst sie Gott. Du willst nicht irgendwie für 10 Cent oder sowas eine kleine Gebetserhöhung haben. Du nimmst das, was du hast und opferst es als Worship, Gott. Das ist Gebet. Und es heißt, das Allerhochwertigste wurde im Tempel verbrannt und das Nicht-so-Hochwertige wurde tagsüber oder nachts in die Feuerstellen gegeben, weil es heißt, dass Schlangen diesen Geruch nicht mögen. Kann es sein, dass dein Worship giftige Angriffe vertreibt? Fiese Gedanken. Sollte Gott gesagt haben, Glaubst du wirklich, dass er sein Versprechen hält? Meinst du, er meint es gut mit dir? Das ist Weihrauch und das ist das Bild dafür und ich möchte euch noch zwei weitere Verse vorlesen um das Thema Gebet und Thema Wie gehen wir damit um? Die Christen in Rom werden von Paulus Folgendes lesen können und jetzt auch wir. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer ein Opfer völliger Hingabe an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst oder der nachvollziehbare so, so ist das gedacht. Oh wow. Dein ganzes Leben rennt nicht zu Gott mit ein paar Cent und wollt von ihm irgendwas haben. Gott ist nämlich tatsächlich kein Automat. Er ist ja nichts Mechanisches. Aber du kannst Gott begegnen und du kannst die Tränen deines Lebens ihm geben und die zweite Stelle ist, das hört gar nicht mal auf, ne? Schon zu viel? Und Paulus schreibt an die Christen in Philippi, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Alles, was ihr habt, bringt das zu Gott. Bringt das zu Gott. Mit Bitten und mit Flehen und eure Tränen bringt das zu Gott. und auch mit Dankbarkeit. Gott danke, dass du trotzdem da bist, aber bringt es ihm und heißt es dann, dann, schau, dann, dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Dann wird der Frieden Gottes der höchste als jede menschliche Vernunft. Euer Herz und Sinne, schreibt Paulus, bewahren in Christus Jesus. Schau mal, Gott verspricht nie, dass wenn du was einwirfst, es einfach kommt. Aber er sagt, wenn du dich ganz gibst, dann wird mein Frieden bei dir einkehren. Auch der Frieden darüber, welches Timing das Richtige ist. Stell dir vor, Gott hat ein 300-jähriges Timing. Das übersteigt meine und deine Lebensspanne. Aber Gott sagt auch nicht, schau, ich bin deswegen Gott, weil ich deine Wünsche erfülle, sondern ich bin Gott und weil ich Gott bin, worshipt ihr mich. Aber ich bin gleichzeitig der Gott, der sich erinnert an seine Versprechen. Wenn Gott eine Eigenschaft in der Bibel hat, dann ist es erst treu. Der ganz erste Teil der Bibel sagt, Gott ist ein treuer Gott, ein gütiger Gott, der das Gute will und der treu ist. Glaubst du das über dein Leben? Schau, zum Abschluss meine Lebensfrage, meine Frage ist, was ist dein Lebensthema? Was ist dein Lebensthema? Zacharias und Elisabeth konnten keine Kinder kriegen. Vielleicht suchst du einen Partner. Vielleicht ist dein Lebensthema eine Diagnose. Vielleicht ist dein Lebensthema deine Angstzustände. Vielleicht ist dein Lebensthema eine Sache, die in deiner Kindheit vorgefallen ist. Du hast jemanden ganz Wichtiges verloren und die Person ist tot und kommt auch nicht wieder. Und du weißt nicht, Gott, warum? 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 Oder etwas, worauf du hoffst, was noch passieren kann. Vielleicht spürst du eine Berufung in deinem Leben und weißt nicht, ab wann wird die denn anfangen? Wann wird es denn losgehen? Ich lade die Band auf die Bühne ein und sie wird euch eine Zeit schenken, wo ihr miteinander ins Gebet gehen könnt. Natürlich, du und Gott. Aber wie cool wäre es, wenn du mit deiner Sitznachbar, vielleicht einer Person, der du tiefst vertraust, sagst, komm, lass uns dafür beten. Wir nehmen die Tränen und den Schmerz und wir bringen das zu Gott. Und vielleicht ist sogar das Gebetsteam schon gleich am Start. Vielleicht möchtest du, ja, auch zu dem Gebetsteam gehen. Das ist aus deiner Seite hinten links, wo jetzt die Lampen ein bisschen leicht angehen, leuchten. Auch dort kannst du hingehen. Vielleicht hast du, wie bei Steffi Lendi, vielleicht hast du einen Schmerz und du möchtest Heilung erleben von Gott. Wir beten für Heilung. Wir beten für Heilung. Bring ihm das, was deine tiefe Not ist. Vielleicht musst du zu Gott kommen und sagen, hey, ich hab dich immer als einen Kaugummi-Automaten angesehen, ganz ehrlich. Natürlich, klar, ja, ich weiß und so weiter, aber was ich wichtig behandelt habe, war mehr Kaugummi-Automaten. Und ich möchte kommen, wenn wir das erste Mal oder vielleicht wieder ganz neu, ganz krass, mein ganzes Leben dir hingeben. Voll Hingabe. und dann wird die Band irgendwann anfangen zu singen und danach komme ich nochmal und habe noch einen Gedanke. Jesus, diese Zeit, alles sowieso gehört dir, aber jetzt sprichst du zu jeder einzelnen Person in das Herz und durch die Gebete zueinander. Amen. Und ich glaube genau, das ist das Geheimnis von Gebet, dass du etwas hast und sagst, okay, das ist so sehr mein Wunsch oder das ist so sehr mein Schmerz und ich gebe dir das Gott, ich gebe dir alles und ich glaube daran, dass du ein Gott bist, der Wunder tun kann, der es nach wie vor kann und es nach wie vor tun wird und in der Zeit, bis es nicht passiert, was machen wir? alle unsere Bitten mit Flehen und voller Dank zu Gott bringen und dann gibt es die Pflegerin in einem Altenheim, die sagt, ich finde das so lustig, alle Menschen sind hier eher so traurig oder bitter oder verlassen und dann gibt es diesen einen Mann, der ist immer irgendwie glücklich und sie fragt ihn, was ist dein Geheimnis und er sagt, ach wissen Sie, wissen Sie junge Frau, ich muss jeden Tag so viele Tabletten nehmen, ich habe mich entschieden, die erste Tablette, die ich nehme pro Tag am Tag, das ist, das ist meine Zufriedenheit. Gar nicht so leicht zufrieden zu sein. Und dann denke ich, ach was ich früher alles konnte, gucken, gehen, allein auf Toilette, aber dann nehme ich die Tablette, müssen Sie hier unten, denke ich, aber ich will heute zufrieden sein mit dem, was ich habe und dann muss ich den ganzen Tag über noch so viele andere Tabletten schlucken, aber die letzte Tablette am Tag, die nehme ich dann und das ist meine Tablette für Dankbarkeit. Und dann sage ich, mein lieben Gott im Himmel, wofür ich alles dankbar bin, dass es heute Nachtisch gab und dass ich ein Schmetterling gesehen habe. Wissen Sie, und das ist, was ich mache, so viel ist das nicht. Nee, ist tatsächlich nicht viel, es ist vielleicht wirklich nur eine 10-Cent-Entscheidung. All unsere Bitten und Flehen bei Gott voller Dank geben und dann sagen, hey, das, was ich habe, dafür bin ich dankbar und der Friede Gottes wird dein Herz bewahren in der Zeit, bis das Wunder kommt. Und wenn es nie kommt, Gott ist Gott, den wir anbeten und das ist Gebet. und ich freue mich so sehr, mit euch zusammen auf diesem Weg unterwegs zu sein. Es ist eine Reise, es ist ein Weg und manchmal kommt eine Weggabelung und du weißt nicht, wohin es geht, frag ihn, und manchmal kommt eine Kurve und du weißt nicht, was kommt, er ist bei dir und Gebet heißt, du gibst alles in seine Hand und lass uns gemeinsam als Kirche das machen, lass uns in diese Weihnachts- und Adventszeit reingehen mit den Themen, die ihr habt und die wir haben, und schau mal, wir sind eine Kirche, die ehrlich ist, wo wir Masken ablegen und sagen, da sind Dinge, die sind krass in meinem Leben, aber ich gebe die dir Gott und ich gebe die dir und in der Zwischenzeit werde ich zufrieden und dankbar aus deiner Hand leben und deswegen lasst uns alle, wenn ihr nicht steht, lasst uns aufstehen und lasst uns diesen Song zum Abschluss singen, wir sind mit ihm unterwegs, es ist eine Reise, eine Journey. Haha, komm.